Aha, wow! Hey Leute, ich meine natürlich. Hey Kinder, was ging bei euch? Infovideo für Sonntag, bisschen Zeit muss sein. Es kommen bald zwei Lieder, zwei Hippity Hop oder so mittelmäßig. Also die könnten jedem gefallen, ja. Hip Hop, Hip, Hip, Hippity Hop. Ihr habt sicherlich mitbekommen, Goat Simulator ist geleakt bei mir. Ich habe fünf Folgen gemacht und dachte mir, damit überrasche ich euch voll und so. Die Thumbnails waren, sie ist einfach jetzt plötzlich gekommen. Das war dann jetzt wirklich nicht geplant. Ich lauf kurz rum, ich muss an mein Essen gucken. Ich habe auch versprochen, dass ich nicht zu viel rumlaufe, weil ihr euch ja schwindelig wird. Wenn ich im Dunkeln rumlaufe, kann ich ja nicht schwindelig werden. Wie gesagt, Goat Simulator, das ist echt ein bisschen behindert gelaufen, das war so nicht geplant. Ich habe das jetzt wieder alles raus, ne, privat gestellt, ich muss noch Thumbnails machen und, und, und. Denn jetzt kann ich es nicht mehr getimed stellen, jetzt muss ich das richtig öffentlich stellen, mit der Hand total behindert, wie zu Steinzeit. Und ja, das ist echt schrecklich. Guckt bei Gameplay vorbei, da ist auch jetzt ein Wasteland 2 angezockt von mir. Falls ihr euch Wasteland 2 interessiert, oder falls ihr mich bei Wasteland 2 und so, guckt mal ein. Der Link ist in der Description. Ich bin die Kamera und bin kaputt gegangen, scheiße. Schaut euch dieses Gemälde an. Aua. Guckt mal, überall Brotkrümel, da schneidet immer einmal Brot, kennt ihr das? Guckt mal da. Wenn das denn mein kleines Fräulein sieht. Schnell. Na, muss ich gleich noch abwischen. Und da habe ich vorhin mit der Pizza rumgekleckert, guckt euch das auch. Ich bin ne Wutz. Aber ich bin ne coole Wutz. YouTube Money Bitch. Wollt ihr was trinken, hm? Genug Informationen für euch. Viel Spaß mit diesen Infos. Nymphos. Bis zum nächsten Mal, gell? Tschau. Tschau, tschau.